Wir schauen mal, also ich halte einfach diese Kamera hier so in der Hand, ich mache mal ein Bild, einfach so, zack, ja, und hiermit mache ich die Bilder, sieht eigentlich ganz cool aus, wie du so schon da bist. Ich schau einmal von der Einstellung her, komm einmal ein bisschen hier hin, wenn du willst, du kannst dich auch einmal hier an die, einfach hier so anlehnen, ja, und ich schau mal, ja genau, sehr schön, einmal ein bisschen mit, sehr schön, ich schau ruhig zu mir. Ah ja, ich komme auch einmal von vorne, ich schau mal, dass hier niemand, dass hier hier niemanden, und schau noch einmal in die Richtung, ja genau, komme ich auch einmal von hier, bleib ruhig, ja, ja, sehr schön so. Und vielleicht, wenn du dich noch einmal einfach hier hinstellst, ich schau mal, genau so, und schau mal in die Richtung, ja genau, perfekt. Sie können ruhig vorbei gehen, ja, ja, alles gut, wir warten mal kurz, ist gut, Sie können ruhig. So, und ich schau auch noch einmal nach da, ich sag das, weil das vom Licht ganz schön ist, so, und einmal noch, ich schau noch einmal zu mir, und wie ist es, ist okay? Ja, alles gut. So, ich halte das wieder so, ich schau noch einmal, das hier, die Luft, sehr schön, also kann man das jetzt mal so, ja, das ist sehr schön. Ich gehe noch einmal so, ich gehe noch einmal so, ich gehe noch einmal einen Schritt zurück, dass ich dich ganz draufdrehe, ja genau, sehr schön. Und vielleicht, wenn du dich einmal in die Richtung drehst, und einmal über die Schulter schaust. So, und von hier nach da, oder von hier nach hier. Ja, genau so, sehr schön. Und ich komme noch einmal von hier, und dann ist, gugibubi, fahre noch einmal zu mir. Okay, ich denke schon, finito. Ja, ich zeig dir das mal. Ja, ich kann noch einmal hier, ich filme das mal ganz kurz hier, wie das ausschaut. Wenn man das sehen kann, so ein bisschen. Ich denke, es sind schöne Bilder dabei. Ja. So. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.